Ishwarasana, die Stellung von Ishwara oder auch die Stellung des Meisters, des Herrn oder auch Gottes, ist ein Asana, welches in der Enzyklopädie of Traditional Asana von Garote erwähnt wird. Garote sagt, dass Ishwarasana in bestimmten klassischen Texten erwähnt wird, aber nicht richtig beschrieben wird. Ishwarasana als Stellung der Götter oder auch die Meisterstellung des Gottes kann man aber auch gleichsetzen mit Padmasana, mit Hand in Segensgeste. Ein Beiname von Shiva ist zum Beispiel auch Ishwara, heißt auch Mahishwara, der große Ishwara. Und so kannst du entweder in den Lotus-Sitz gehen oder in eine andere kreuzbeinige Stellung. Richte dich ganz gerade, hebe eine Hand hoch, was wie in Abaya Mudra, was wie eine Schutzgeste oder Segensgeste ist. Und stelle dir vor, dass du göttliche Kraft aufnimmst und göttliche Kraft weitergibst. Und jetzt dann, was du ge noticed. Untertitelung des ZDF, 2020